Herzlich Willkommen zu unserer SchülerInnenfirma Berlin Bees an der Emil Molter Akademie. Begründet wurde die SchülerInnenfirma im Schuljahr 2015-2016. Anzahl der aktiven GenossInnen sind 11. Jetzt ein paar Infos zu unserer Satzung. Der Sitz von Berlin Bees liegt in der Monumentenstraße 13b in 10829 Berlin-Schöneberg. Zweck der SchülerInnen-Genossenschaft ist die Förderung und Betreuung der Mitglieder. Dadurch stärkt es die persönlichen und die sozialen Kompetenzen der SchülerInnen. Gegenstände des Geschäftsbetriebes ist es die Produktion und der Verkauf von Honig und Lippenbalsam zu tätigen. Erwerb der Mitgliedschaft wird erworben durch eine schriftliche Beitrittserklärung und durch eine Zulassung durch den Vorstand und einen Genossenschaftsbeitrag in Höhe von 5 Euro. Es gibt aktive GenossInnen, die immer arbeiten und passive, die in der SchülerInnenfirma investiert haben. Zum Beispiel LehrerInnen, Elternteile und ehemalige SchülerInnen. Für SchülerInnen der Emil Mold Akademie erinnert die aktive Mitgliedschaft in der SchülerInnen-Genossenschaft mit verlassenes Bildungsgangs automatisch. Für SchülerInnen kann eine passive Mitgliedschaft bestehen bleiben. Die passive Mitgliedschaft kann durch Kündigungen oder Ausschusses beendet werden. Unsere SchülerInnen-Genossenschaft hat vier Bienenvölker. In einem Bienenvolk leben zwischen 40.000 und 80.000 Bienen. Es gibt weibliche Arbeitsbienen, mehrere hundert männliche Drohnen und eine Bienenkönigin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.